So, Hallihallo und Willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires. Ohne viel zu labern, stecke ich mal gleich wieder ein in der Mission Weltwunder, die uns ja so viel Freude bereitet. So, hier hatten wir alles gelesen, ne? Bauen Sie ein Weltwunder, bla bla, blub. So, sind wir wieder hier. Und wir probieren's mal genauso wie beim letzten Mal. Ach Mensch, die Minoah weg sind zu feindlich. Welch Überraschung. Ach ja. So. Hier warten wir mal ein wenig. Ihr seid so blöd, ne? Kommt immer dahin. Und jetzt. So. Ach ja. Entfernt machen wir nicht, hatten wir uns entschieden. Na, kommt. 120 gleich. So. Na, 30, 140, 150, okay. Drei Leute müssen noch was hinbekommen. Gau chau. if hundern sie Fors Strawberryой Kapitel Löspw flowing. Dann schnell hier weiter in fuelge. Dann schnell... So. Holz, ma schön. Die Nummer an den Baum So, dann gehen die beide an den Baum Und wir warten wieder Ja, das sieht sich immer hier ganz schön der Anfang Aber es ist halt ein Strategiespiel, ne? Da gibt es nicht so große Action So, der hat sich... Die Minoah haben doch zu feindlich gewählt, oder? Warum Tom mit ihrem scheiß Handelsboot und rauben mich aus? Warum nehmen sie nichts mit? Die bleiben mich einfach stehen und nerven mich TomTron 135 85 97 Ich habe gerade die Musik ziemlich laut auf dem Rohr So Ach, gut 121 133 Und 135 Und 135 Voll Du, diesmal in Arum Die anderen drei bleiben hier so So, dann brauchen wir den und danach gleich noch einen Dann versuchen wir mal wieder das Transportschiff hier zu entfernen Denn das ist das, was unser eigentliches Ziel sein muss Immerhin scheint es jetzt nicht beim Musikwechsel immer zu laggen Ach, da ist unser Schiff Das kann direkt mal losfahren hier Komm schon Ich muss ja sagen, das Soundtrack ist wirklich unglaublich Find ich richtig geil Find ich richtig geil Ach, die Hethita jetzt auch feindlich, sehr gut Alter Gut, jetzt haut das nicht mehr ab Was? Ach, das anime jetzt, dass ich hier angerufen werde So ein Scherz Okay, wir suchen immer noch das Transportschiff hier Das landet ja hier wahrscheinlich Soweit ich weiß, macht es eigentlich immer so Und hier muss dann irgendwo... Das Schiff hier so langsam mal kommen Wo war denn das? Ah, da sind die drei Fischerbötchen, die mich gerade nicht so sehr interessieren Ah, da ist es Diesmal trinken wir es Wir haben schon lange 135 Euro jetzt Diesmal trinken wir uns nicht davon Es versucht es auch scheinbar dort gar nicht Komm schon, fahr Oh, was ist denn nun los? Oh, jetzt legt es doch wieder beim Musikwechsel Ja, wir haben das Transportschiff geknackt Das war wichtig So Sie müssten dann bloß aufpassen, dass sie kein neues machen Dann haben wir erstmal unsere Ruhe Oh, ich dachte schon da Was macht ein Fischerboot von dem da hinten? Okay, wir können mal nach hier fahren Na, hast du Spaß mit dem Schiff? Einen Treffer brauchst noch, das lassen wir uns doch machen Wenn ich so will So, dann bauen wir mal ein Fischerbötchen Dürfen die Mission aber nicht auf die leichte Schulter nehmen Das ist klar Fischer mal da Und dann bauen wir noch ein Handelsboot So, unser neuer Bauer läuft mal nach hier Der holt uns dann nämlich Steine ran Dazu machen wir noch ein Bauern Ähm, das hier wär nicht schlecht, oder? Naja, ich weiß nicht Aha, was? Ja, genau, Handelsboot Fahr mal nach da so Da müsste dann irgendwann der E-Hafen kommen Ähm, du kannst Nahren sammeln von mir aus Du Wies mal hier rüber Denn da oben sind irgendwo Steinchen Hmhmhm Wo waren die denn? Die waren doch hier irgendwo, oder? Hmhmhm Die waren leider hier, oder? Ach, Mann, das macht mir immer Angst hier Äh, machen wir das? Ich weiß gar nicht Müssen wir, oder? Ab wann sollen wir denn Weltwunder bauen? Ich denke mal, wir müssen uns noch Ne Stufe weiterentwickeln Schätze ich jetzt In meiner Naivität So, wir machen noch ein Kampfschiffchen Dann schicken wir die beiden Schiffe mal los Um hier ein bisschen aufzuräumen bei den Kananitern Denn wenn die dann doch wieder ein neues Handelsschiff bauen Ich glaube, äh, Transportschiff bauen Dann bin ich am Arsch Das erste konnten wir ja erstmal abwenden Das war schon mal gut Ich glaube, wir schicken mal einfach erstmal eins hin Lassen das andere im Hintergrund Dann ist es leichter, denke ich Uuuh, weg 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 Wow Okay, den haben wir Der war ein bisschen nervig Ja, das ist das Ganze So, dann lächst wir mal wieder raus Uuuh Okay Ich mach so'n geilen Rhythmus gerade Dass du alle einzeln schießt, ne? Okay Weg Und wieder warten Ja, die erste haben wir Und jetzt das da Das da, die da Das du da willst Ja, gut Äh Und wieder drauf Nicht lecken Okay Die doch mal kaput Oh, wo fährst du hin? Boah, das war ein Ja, also ich glaube, ein Triffler tötet mich Bin ich mir relativ sicher Gut Damit ist das auch weg Jetzt zum letzten Na Hat das letzte Angst Was treffst du denn Aber automatisch an, Mensch Das könnte ich sicher ausschalten Aber ich hab gerade keine Lust So in den Menüs rumzufolen Das ist so da was Woran ich mich noch aus meiner Kindheit erinnere Dass die Schiffe immer dreimal schießen können Bis so eine Kanone geschossen hat Ist dann aber schon ziemlich eng Dann locken wir es mal wieder ran Ja, wie Die Reichweite, ja Bald haben wir es So, jetzt haben wir alle Jetzt greifen wir mal den Hafen mit beiden Schiffchen an Äh, achso, ja Das Handelsschiff sollte ja Ich vertausche gerne mal Handelsboot und Und, 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 und Transportboot, Schiff, whatever Ach, komm mal da Da kannst du mal Holz gegen Gold tauschen So Was ich noch nicht entdeckt hab War ihr zweites Kampfschiffchen Das macht mir ein bisschen Angst hart Boah, tu mal 300, 400 Haben wir ja geil gesammelt während des Kampfes Dann können wir das hier mal ausbauen Der hier hat seine Steine gefunden Baut er da mal einen Anadolube hin Ach, Totoma So Können wir die wieder auslöschen Da schrieben wir Gold her Ähm Ja Ich denke mal, wir müssen uns dann Äh Fortentwickeln Deswegen baue ich mal Ein Regierung Was? Oh, ja Nähähähäh Ich bin so schlau Komm nur diesmal mit dahinter Du brauchst hier Holz ab Du brauchst hier Steine ab Und wir machen einen neuen Bauern Das hat ja alles keinen Sinn so weit zu rennen Dann bauen wir nochmal hier Holz ab Da hat es schon wieder geleckt Hier repariert wieder einer So So Was war das jetzt? Der Bauer ist fertig Der kann mal Du bist so schlau Weißt du, das Sag mir doch wenigst, dass du nichts mehr zu tun hast Na gut Ich bin so schlau Tjaa'n Vielen Dank.